hallo meine lieben herzlich willkommen beim office 365 und teams tutorial wir steigen gleich ein in die welt von office 365 am besten ihr besucht dazu unsere website nmsinsing.dsn.at und scrollt nach unten hier seht ihr schon den punkt microsoft teams wir klicken das an und wir kommen auf das anmeldefenster hier bitte habt ihr fast dieselben daten wir euch immer am computer in der schule anmeldet oder auch beim tsn webmail ich habe da zum beispiel c.zoller und statt at tsn.at schreibt ihr jetzt einfach ms-insing.at weiter das kennwort ist dasselbe wie bei tsn mail oder eben beim computer in der schule das hat sich auch nicht geändert das einzige ist eben diese endung ms-insing.at dann gehen wir auf anmelden man kann das jetzt speichern wenn man zu hause am computer arbeitet macht es sicher sinn und vielleicht auch am schul computer ansonsten macht ihr das nicht angemeldet bleiben das wäre auch ganz fein ja hier sehen wir jetzt die office 365 umgebung das sind ganz bekannte programme wie word, excel, powerpoint an bord die kann man auch direkt von hier aus starten und bearbeiten sie haben zwar nicht so viel umfang wie dann die desktop programme das heißt diese programme kann man auch herunterladen auf seinen eigenen computer dazu müsste man einfach jedes office installieren ist aber nicht unbedingt notwendig dann unser teams hier haben wir den one drive cloud speicher ich klicke da mal drauf und dann kommen wir hier auf einen ordner mit einem terabyte speicherplatz jeder lehrer von uns hat es zur verfügung da kann ich dateien hochladen das ist ganz praktisch von jedem computer der welt aus habe ich dann auch zugang auf diese dateien ich kann also zu hause was raufladen habe in der schule dann diese dateien auch oben ich brauche dann also keine sticks mehr oder auch keine externen festplatten mehr es ist alles ganz sicher hier gespeichert und heute geht es aber um das teams so